Schön, dass du da bist. Ich bin Jan. Wie wäre es mit Urlaub auf Vangeroge? Wie auf jeder Insel findest du auch hier eine Menge Sandstrand, klaro. Aber es gibt auch super schöne Plätze abseits von Strandkorb und Milchbude, wie zum Beispiel das Ostende. In rund 20 Minuten bist du vom Leuchtturm zur Jeva-Plattform geradelt. Da gibt es zwar kein Freibier, aber freien Blick auf Strand und Meer. Mit auf deine Urlaubsliste gehören auf jeden Fall auch das berühmte Kaffee Pudding sowie das Wahlskelett vom Nationalparkhaus. In meinem Blogartikel lief ich dir noch mehr Inselfeeling. Viel Spaß auf Vangeroge!